Musik Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt sicherlich bemerkt, dass die Minecraft 1.6 Version schon draußen ist. Aber was euch leider dabei nicht bewusst wurde, ist es anscheinend das, dass ihr Minecraft gar nicht so normal mehr Cracket spielen könnt. Also so wie die ganzen Leute. Ich meine es gab Premium Minecraft und es gab Cracket Minecraft. Cracket war für die, die halt nie Minecraft gekauft hatten und nie Minecraft kaufen werden. So nimmt man das jetzt mal an. Aber das große Problem ist jetzt bei der 1.6, es werden viel weniger Cracket Spieler werden. Weil es jetzt die neuere Version nicht zulässt, Minecraft Cracket zu spielen. Das heißt so viel, wenn man jetzt Minecraft startet. Das sieht jetzt gerade alles nicht. So, wenn man jetzt hier guckt. Hier ist das Fenster. Ihr wollt jetzt mal mit Manfred spielen. Voll Play drücken. Uuuuhh, geht nicht. Ja, und genau dagegen gibt es jetzt die Lösung. Und zwar, Badesalz LP hat mir, oder hat uns, oder hat ein Video gemacht. Und zwar, wo es den Ordner für Minecraft Cracket gibt. Den seht ihr hier. Den Ordner, oder den Download-Link, den packe ich euch nochmal in die Beschreibung. Auch für den neuen Minecraft Launcher. Den werdet ihr auch nochmal in der Beschreibung finden. Und ja, und um euren Namen so zu patchen, dass man ihn wirklich so spielen kann, müsst ihr halt dieses Ding hier starten. Sagt ja. Und gebt hier euer Name ein. Dann sagt ihr okay. Okay, dann kommt noch eine Meldung, dass ihr es gut gemacht habt. Wir machen das wieder klein. Und jetzt startet ihr nochmal den 1-6 Launcher. So. Genau, und da steht Willkommen Minecraft Manfred. Und dann steht da schon Play Offline. Und ihr könnt, ich sag mal, jetzt machen wir es mal fix. Play Offline. Zack, 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 zack. So. Und schon seht ihr, Minecraft startet. Mehr Spieler. So, tadaa. Ihr könnt auf Servern spielen. Ist es nicht wunderbar? Ja, tadaa. Sechs Stellen. So, ihr seht, funktioniert alles. Nochmal slash log in. Ja, ihr hört die ganze Zeit hier wahrscheinlich diese Villager-Geräusche. Keine Ahnung. Jetzt regnet gerade. Ja, aber ihr könnt auf Servern spielen. Ne? Alles frisch. Ja. Ich hoffe, dann hat euch diese kleine, aber feine, ja, Review zu dem neuen 1.0, na, Cricket 1.6 Launcher gefallen. Und ja, bei Fragen oder sonstigen Sachen meldet euch per PN oder schreibt es in die Kommentare. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Marki 12LP. Dann dazu noch ein paar Tage. Hier, bis zum nächsten Video.